Like Nastja Papa, bin ich hübsch? Ich bin hübsch, ich bin hübsch. Hallo Nastja. Hallo. Oh, was ist denn mit deinen Zähnen los? Hallo Nastja. Oh, hi. Oh, warum sind deine Zähne so schief? Jeder denkt, dass meine Zähne hässlich sind. Ja, du brauchst definitiv eine Zahnspange. Was ist denn eine Zahnspange? Schau. Zahnspangen sind zahnmedizinische Hilfsmittel, die helfen, Probleme mit den Zähnen, dem Biss und sogar mit der Wirbelsäule und dem Sehvermögen zu korrigieren. Nächster Tag. Heute werde ich eine Zahnspange bekommen. Wie sie nicht auf den Zähnen. Wie ist das denn? Wie ist das? Wie ist das? Nieduct. Schön. Ja. Wie ist das? Mitcill hustle. Ich muss eine Farbe aussuchen. Weiß und blau? Ja. Ich fühle mich gut. Also, denk dran, wenn du bürstest, versuche mindestens zwei Minuten oben und zwei Minuten unten zu bürsten und schrubbe ein paar Sekunden lang an der gleichen Stelle. Danke. Gerne. Ich nehme das mit in die Schule. Die Schule. Hallo, Lehrer. Oh, du hast eine Zahnspange. Ja. Schau, ich habe auch eine Zahnspange. Ah, cool. Nastja, du bist so mutig. Danke. Nastja, hat es wehgetan? Nein. Nastja, du siehst so erwachsen aus. Danke. Leute, wenn ihr Angst vor einer Zahnspange habt, ist es okay. Es ist nur... Es ist nichts. Es tut nicht weh. Es macht nichts und... Bin ich schön? Natürlich bist du das. nächstes Video. Welcher Tag ist morgen? Morgen ist der erste Schultag. Morgen geht's zurück in die Schule. Nastja, lass uns rausgehen, spielen. Okay. Wow! 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 Morgen geht's zurück in die Schule. Schwimmen wie Nastja. Ja, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ach, morgen geht's zurück in die Schule. Was ist los, Nastja? Morgen geht's zurück in die Schule. Bereit für die Party morgen? Welche Party? Wir haben doch keine Party morgen. Zurück in der Schule Party. Bereit für Geschenke? Neue Essensbox. Neuer Rucksack. Neue Blöcke. Neue Wasserflasche. Neues Mäppchen. Wow. 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 Und neue Stifte. Tada. Mit Radiergummi. Ich probier gleich alles aus. Nein. Nein. Es ist alles für die Schule morgen. Oh, ich kann's kaum erwarten. Hmm. Gute Nacht. Ich gehe heute wieder in die Schule. Ich muss alles einpacken. Ich bin fertig. Ja. Hab einen schönen Tag. Tschüss. Hallo. Wie war es? Gut, ich habe viele neue Freunde. Lass uns feiern. Tada. Willkommen in der dritten Klasse, Nastja. Ja. Ja. Next video. Nein. Sich hau zu viele Videos heute. Nastja. Pool oder YouTube? Pool. Wow. Ein Infinity Pool. Schau, es ist gar nicht gruselig. Papa? Papa, das ist schädlich. Lass uns stattdessen Verstecken spielen. Okay. Drei, vier, fünf. Also Leute, ich glaube, das ist wirklich ein kleiner Ort. Deshalb weiß ich nicht, wo ich mich verstecken soll. Deshalb denke ich, ich weiß nicht. Ich glaube, man kann mich ein bisschen sehen. Achtundneunzig, neunundneunzig, hundert. Ich komme. Nastja? Nastja? Wo bist du? Aha. Hm. Ich werde wahrscheinlich schlafen. So gemütlich. Ich glaube, es sind schon zehn Minuten vergangen. Nastja? Er kommt. Ich werde nicht viel reden. Denn er kommt und er hört mich. Tschüss. Ich werde leise sein. Nastja? Wo bist du? Nastja? Wo bist du? Ich. Nein. Oh. Ha, 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 ha. Nastja? Mission gescheitert. Next Video. Hallo, Antalya. Nastja? He, 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 he. Aber wo ist Nastja? Willkommen beim Rixus Premium Techie Rover. Wow. Danke. Wo ist Nastja? Ich bin hier. Willkommen. Hey, setz dich. Wow. Türkische Süßigkeiten. Schnell, schnell. Wir wollen doch noch zum Park. Uff. Lass uns zum Wasserpark. Lass uns einkaufen. Los geht's. Ich bin müde. Ich hab viel zu tun. Uff. Heute bleiben wir im Hotel. Das ist langweilig. Aber nicht in diesem Hotel. Los, lass uns Spaß haben. Okay, los geht's. Hallo, willkommen beim Rixi Kids Club. Hooray! 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 Hallo, Nastja. Lass uns ein bisschen Handarbeiten. Hooray! 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 Hallo, ich bin Nastja. Ich werde heute kochen. Ja. Bon Appetit. Wow. Gut gemacht. Hallo, hallo. Hallo. Jemand zu Hause? Nein. Ach, bist du unhöflich. Wir müssen was trinken. Kein Problem. Papa, wo bist du? Ich muss ihn finden. Papa, Papa. Papa. Hä? Hm. 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 Papa. Komm, lass uns Spaß haben. Los. Es ist Zeit für ein Workout. Oh, zu heiß hier. Lass uns an den Strand gehen. Ich glaube, das ist kein Strand. Das ist ein Pool. Oh, cool. Lass uns an den Strand. Los geht's. Hooray. Ich denke, dass er reinfällt. Ich hab's doch gesagt, Leute. Schaut bei mir zu. In diesem Hotel gibt's viele Aktivitäten. Tschüss. Papa, ich komme! Das ist ein sehr gutes Hotel. Papa, aber morgen gehen wir in den Park. Ja, aber heute ruhen wir uns aus. Wenn du dich entscheidest, die Schweiz zu besuchen, ist der erste Ort auf der Liste die Schweizer Alpen und die Rodelbahn in den Bergen. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho. Der zweite Ort, den man unbedingt besuchen muss, ist die allererste Schokoladenfabrik der Geschichte. Ich möchte alles probieren. Papa, lass uns unsere eigene Schokolade machen. Lass uns gehen. Schokolade kann unterschiedlich sein. Weiß, Milch oder Dunkel. Du musst auf die Schokolade klopfen, um die Luft herauszubekommen. Schokolade kann mit verschiedenen Füllungen gefüllt werden. Leg die Schokolade in den Kühlschrank und warte. Sie ist fertig. Der dritte Ort, den man besuchen sollte, sind die Schweizer Seen. Aber vergiss nicht, die Sicherheitsregeln zu beachten. Die nächste Sehenswürdigkeit in der Schweiz ist das Charlie Chaplin Museum. Charlie Chaplin ist der bedeutendste Stumpf im Schauspieler. Hi, ich bin Nastja. Wie heißt du? Wir sind keine Freunde mehr. Uh-oh. Hallo, anjo. Hallo, anjo. Licht, Kamera, Action! Kannst du mir schnell die Haare schneiden? Ja natürlich! Das ist nicht echt! Kannst du mir bitte eine Pizza bestellen? Ich habe Hunger! Kann ich das haben? Ja! Oh, kein richtiges Essen! Hör auf zu spielen! Okay! Papa! 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 Ich sehe Papa! Mein Papa ist im Knast! Oh! Papa! Rette mich! Hi! Hey! Ah! So was! Hi! Kann ich bitte ein Ticket haben? Ja natürlich! Geld! Oh! Ich habe kein Geld! Kein Geld, kein Ticket! Geh! Geh! Okay, du gehst besser. Oh, das ist gefallen. Vielen, vielen Dank. Oh, was ist passiert? Die Zeit ist um. Ihr müsst raus. Okay. Käse? Ja. Der letzte Ort, den man unbedingt besuchen sollte, ist die Schweizer Käserei. Denn dort wird der köstlichste und berühmteste Schweizer Käse hergestellt. Nastja und ihr Papa studieren den Herstellungsprozess. Nastja und ihr Papa essen das Schweizer Nationalgericht, Fondue. Vergiss nicht, Spaß zu haben und deine Reise zu genießen. Mein Bauch tut weh. Oh oh. Papa? Nastja? Lass uns zum Doktor gehen. Hallo, Herr Doktor. Hi. Mein Bauch tut weh. Hm. Doktor, was ist mit mir passiert? Ich glaube, es ist, weil da so viele Süßigkeiten isst. Nimm diese Medizin. Die wird dir helfen. Okay, danke. Oh. Hm. Hm. Papa? Hm. Lass uns zum Zahnarzt gehen. Hm. Hi. Öffne deinen Mund. Du hast ganz viel Karies. Isst du viele Süßigkeiten? Hm. Ich zeig dir mal ein Infovideo über Zucker. Zucker ist sehr schlecht für deine Gesundheit. Wenn du zuckerhaltige Lebensmittel isst, wird dein Gehirn süchtig danach. Dein Appetit steigt und du willst immer mehr davon. Zucker enthält viele Kalorien. Das sind die Energiequellen des Körpers. Aber wenn man zu viel davon isst, nimmt man zu, was zu Fettleibigkeit führen kann. Und Fettleibigkeit kann zu Herz- und Gefäßkrankheiten führen. Das ist sehr gefährlich. Zucker macht deine Haut weniger glatt. Du kannst Pickel, Falten oder sogar Allergien bekommen. Durch Zucker entstehen viele Bakterien im Mund. Er schädigt die Zähne und verursacht Karies. Zucker ist für die Gesundheit nicht förderlich und macht müde und träge. Wenn du Süßigkeiten wie Getränke, Limonaden oder Säfte von deiner Einkaufsliste streichst, wirst du immer noch reichlich Zucker in Form von Früchten, Beeren, Honig und Nüssen auf deinem Speiseplan haben. Aber da ist natürlicher Zucker drin, der eigentlich gut für deinen Körper ist. Oh, ich werde keinen Zucker mehr essen. Tschüss. Tschüss. Wir müssen die Süßigkeiten wegwerfen. So traurig. Ja, schlechte Laune ohne Zucker. Ich habe eine Idee. Wir machen Honig. Lass es uns dekorieren. Ja. Fertig. Bienen. Kommt her. Bienen. Kommt her. Bienen. Oh oh. Honig ist ein natürlicher Zucker. Er ist sehr geschmackvoll und süß und auch sehr gesund. Honig ist fertig. Er ist eine gute Alternative zu Süßigkeiten. Oh, lecker. Das ist süß. Und gesund. Lass uns einen Schönheitssalon einrichten. Es ist beliebt, natürlichen Honig in der Kosmetik zu verwenden. Er ist sehr gut für die Haut. Bist du bereit für die Beauty? Sie? Wow. Wow. Oh. Ich fühle mich nicht so gut. Oh, warte. Ich weiß, was zu tun ist. Ich mache ihm einen Tee. Und Honigstäbchen. Honig ist sehr nützlich. Mir hilft bei Erkältungen. Ich fühle mich viel besser. Ja, wegen des Honigs. Oh. Oh, eine Prellung. Honig. Honig hat medizinische Eigenschaften. Ein Wickel mit Honig hält Prellungen. Mh, Honigsüßigkeiten. Ja. Bleibt gesund, Leute. Und esst nicht zu viel Zucker. Nett, Piddy. Hey, Leute. Oh. Habt ihr eure Hausaufgaben gemacht? Nein. Oh. 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 Hey Leute, was macht ihr? Ihr müsst eure Hausaufgaben machen. Es ist so schwer zu lernen, kochen ist einfacher. Wir eröffnen ein Restaurant. Und verdienen viel Geld. Es ist einfach. Okay, kocht was für mich. Und ich werde euch bezahlen. Okay, kein Problem. Deine Pasta ist fertig. Okay. Leute, das schmeckt nicht. Dafür zahle ich nicht. Um gut zu kochen, muss man es auch lernen. Kommt, ich zeige es euch. Yay! Hey! Wir müssen unsere Hände waschen. Das ist wichtig. Die Herstellung von Nudeln ist langwierig und nicht einfach. Zuerst muss man den Teig kneten und dann die Käsefüllung zubereiten. Schneidet das Gemüse unbedingt unter Aufsicht von Erwachsenen. Vergesst nicht, Kräuter und Gewürze zum Abschmecken hinzuzufügen. Gründlich mischen. Schaltet den Herd nur unter Aufsicht eines Erwachsenen ein. Für die Soße braucht ihr Butter und Sahne. Beobachtet sie sorgfältig und rührt ständig. Der Teig wird mit einer speziellen Maschine ausgerollt. Jetzt macht die Füllung rein. Mithilfe der Maschine bekommen wir Fettuccine aus dem Teig. Jetzt müssen wir die Fettuccine mit der Soße mischen. So lecker. Das war nicht einfach. Mh, lecker. Das schmeckt super, aber es war nicht einfach. Man muss alles lernen. Ja, jetzt wird gelernt. Kochen kann dein Hobby sein. Ja. Let's do it. Oh, warum bist du so traurig, Nastja? Mein Lehrer hat mir eine Aufgabe gegeben und ich muss das ganze Lied lernen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Oh. Nein, du kannst das. Ich kenne einen Trick. Lese es dreimal, bevor du ins Bett gehst. Okay. Happy Birthday sounds from everywhere. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Weg das unter dein Kopfkissen. Ja. Gute Nacht, Leute. Guten Morgen. Aufwachen. Zeit für die Schule. Yay. Wiederhole noch einmal. Okay. Okay. Happy birthday, sun from everywhere. Happy birthday, spilling all the air. Happy birthday, sun from all around. Can you hear that sound? Jetzt bin ich selbst sicher. Yay. Nach der Schule. Papa, Papa. Ich habe eine Eins bekommen. Wow, gute Arbeit. Was ist passiert, Nastja? Der Lehrer hat gesagt, wir machen bald einen Sportwettkampf. Und ich glaube, ich kann das nicht. Ich bin hier, um dir zu helfen. Lass uns üben gehen. Okay. Gymnastik. Lass uns das Training beginnen. Mach mir nach. Genau so. Gute Arbeit. Yay. Eins, zwei, drei. Versuch ein Rückwärts-Halto. Spring. Spring. Super, gleich noch mal. Genug für heute. Wir sehen uns nächstes Mal. Jetzt bin ich stärker. Jetzt bin ich stärker. Nach der Schule. Papa, Papa. Ich habe es geschafft. Ich habe eine Medaille bekommen. Siehst du, ich habe es dir doch gesagt. Was ist los? Wir haben einen Schönheitswettbewerb in der Schule. Und jetzt glaube ich, dass ich nicht hübsch genug bin. Ich werde dir helfen. Ich werde nicht gewinnen. Keine Sorge. Papa erledigt jedes Problem. Maggie, kannst du uns helfen? Wer braucht meine Hilfe? Ich. Ich glaube, ich bin nicht hübsch genug. Nastja, du bist wirklich hübsch genug. Du brauchst nur ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Was ist deine Lieblingsfrisur? Ein Pferdeschwanz. Okay. So? Ja. Nastja, was sind deine Lieblingskleider? Und worum fühlst du dich am besten? Ich mag gern schwarz. Und welche Schuhe trägst du gerne? Turnschuhe mit Katzen. Hier. Danke. Und du musst auch selbstbewusst laufen. Danke. Jetzt glaube ich an mich selbst. Heute werde ich ein Gewinner. Viel Glück. Danke. Next Video. Nastja, machen wir eine Reise? Ja. Okay. Geld, Kreditkarten, Ausweise. Ich brauche nur Spielzeug. Wasser, ich habe Wasser vergessen. Okay. Gehen wir. Oh, no. Papa. Au, au. Bin ich allein zu Hause? Ja. Ja. Ach. Ich bin allein zu Hause. Ich bin allein zu Hause. Oh, ich bin allein zu Hause. Wer ist da? Spielzeuglieferung. Nein. Öffnet doch die Tür. Los, los. Nein, nein, nein. Ich bin allein zu Hause. Schalte den Ofen niemals alleine an. Oh, nein, nein. Oh, je. Stopp, das ist mein Zimmer. Das ist mein Spielzeug. Ich brauche doch keine Angst zu haben. Okay, Leute, aufräumen. Mein Halloween-Kram. Tschüss, Schlangen. Tschüss. Immer nach dem Händewaschen den Hahn zudrehen. Wer ist da? Ich bin es, Papa. Hm, Papa, beweist, dass du es bist. Was ist mein Lieblingsessen? Du machst ja Salat sehr gern. Was ist mein Lieblingstier? Katzen. Papa, das ist Papa. Oh, Nastja, das tut mir so leid. Papa, ich war allein zu Hause. Weiß ich doch. Und das hast du toll gemacht. Let's get here. Wow. Oh, ich hab mich verirrt. Oh, es ist okay. Okay, ich muss jetzt einen Erwachsenen finden und der hilft mir dann, den Weg wieder nach Hause zu finden. Willst du spielen? Oh, nein. Nein. Ah, ja, ein Polizist und mir helfen, den Weg nach Hause zu finden. Hi. Hallo. Ich hab mich verirrt. Ich muss meinen Papa wieder finden. Dann gehen wir. Bitte setzen. Mein Papa heißt Juri. Okay, ich werde ihn dann finden. Oh. Oh. Gefunden. Oh, hi. Hm. Wer ist das? Sein Name ist Juri. Nein, nein, nein. Das ist nicht mein Papa. Oh. Okay. Okay. Oh, hey. Du. Komm mit mir, ja? Komm. Okay, okay. Schau. Das ist dein Vater, Juri. Hi. Nein, das ist nicht mein Papa. Bye-bye. Bye. Schau, das ist Vater. Und wie heißen Sie, Juri? Nein, das ist nicht mein Papa. Wo ist mein Zuhause? Wo ist mein Papa? Oh, mir ist mein Adresse wieder eingefallen. Wow, toll. Die hab ich mit meinem Papa gelernt. Und wie heißt sie? 777 Sweet Street. Auf geht's. Oh, schau, da ist mein Haus. Wow. Okay, prüfen wir. 777 Sweet Street. Ja. Danke, vielen Dank für deine Hilfe. Lass dich nicht mehr verirren. Leute, wisst ihr eure Adresse? Wenn nicht, dann lern sie schnell. Next video. Oh, jeder wird mich auslachen. Oh, jeder wird mich auslachen. Hin Táuerraum. Suchen wir nach ihr. Ja. Wo ist sie? Oh. Ja. Wo ist sie denn hin? Wo ist sie denn? Oh, I'm fat! Oma! Hast du ein kleines Mädchen gesehen? Nein, das habe ich nicht. Okay, danke! Tschüss! Oh, Nastja! Wo ist sie denn jetzt? Wo ist sie denn jetzt? Nastja? Nastja! Nastja, warum rennst du denn von uns weg? Ich denke, dass sie über mich lacht. Nein, du bist wunderschön! Nein, du bist hübsch! Wir wollen auch das, was du hast! Ja! Echt? Los geht's! Hm, hübsch! Next Video! Willkommen zu meinem Supercafé! Tu so als ob Kaffee, tu so als ob Kaffee! Hi! Wie wär's mit Kuchen? Ja? 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 Kannst du es? Ú! Geben, echt! Meen! Seine! Was für eure W 분위igen! Was? Das ist Sand. und kein Kuchen. Hast du vielleicht was anderes? Natürlich. Okay. Gummibär. Was ist hier los? Es ist kein echtes Kaffee. Es ist ein Getunso-als-Ob-Kaffee. Wow, du bist wirklich kreativ. Hast du vielleicht was zu essen? Ja. Das ist alles Schokolade. Hä? Was? Das ist kein Essen. Probier mal. Hm. Ja, leckere Schokolade. Hm. Kannst du es mir beibringen? Ja, natürlich. Erst die Kekse zerkrümeln. Okay. Und Würmer. Ja. Sehr kreativ. Oh, danke. Hast du Wechselgeld? Natürlich. Leute, das ist Esspapier. Riecht lecker. Mh, lecker. Mh. Wow, du bist echt kreativ. Leute, habt keine Angst davor, kreativ zu sein. Tschüss. Heute ist mein Geburtstag. Yay! Zu den Geschenken. Oh, 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 oh. Ha! La, 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 la. La, 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 la. Ein Geschenk für mich? Hi, Papa! Hi! Hi! Oh, hallo! Tschüss, das war eine super coole Party! Tschüss! Geschenk für mich! Happy Birthday, liebe Katze! Schau mal, Papa! Wow, danke! Meines? Nein! Meins? Nein! Doch! Das ist für die Mama! Oh! Papa, was ist denn los? Heute ist mein Geburtstag und ich habe immer noch kein Geschenk! Geburtstag? Gucken wir mal! Komm! Heute ist Mittwoch! Das ist nicht dein Geburtstag! Dein Geburtstag ist morgen! Ah! Geh schlafen, Papa! Okay! Heute ist mein Geburtstag! Alles Gute zum Geburtstag, Papa! Danke! Nett, Quillen! Hi! Machen wir eine Smoothie-Challenge! Früchte! Und Gemüse! Ich zuerst! Ich zuerst! Ich zuerst! Ich zuerst! Ich zuerst! Karotte! Her damit! Und das zweite ist... Zitrone! Eine Zitrone! Hertha! 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 Erdbeere! Ja! Erdbeeren! Es sucht dir noch was aus! Okay! Tomate! Tomate! Wow! Oh, Pause! Ich bin dran! Kartoffel! Oh nein! Kartoffelsmoothie! Los! Wassermelone! Oh, Wassermelone! Lecker! Hum, 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 hum! Delicious! Hum, 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 hum! Delicious! Schöne Farbe! Hum, 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 hum! Delicious! Oh nein! Oh nein! Nicht lecker! Uh! Schau mich jetzt an! Orange! Aha! Orange! Chilischote! 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 Nein! Ja! Du bist so stark! Schau mal! Ja, ja! Hum, 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 hum! Delicious! Hum, 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 hum! Delicious! Hum, 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 hum! Delicious! Versuch's! 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 Ich bin dran! Mal gucken, was rauskommt! Gucke! Ja, Gucke mag ich! Brokkoli! Geld! Hum, 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 hum! Delicious! Hum, 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 hum! Delicious! Ich probier's mal, was denkt ihr, Leute? Ist es lecker oder nicht? Eww! Uff! Radieschen! Hm, nicht schlecht! Radieschen! Nochmal! Okay! Hum, 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 hum! Delicious! 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 Okay, los geht's! Ananas! Ja, Ananas! Lecker, 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 lecker! Ja! Wow! Orange! Orange, ja, das ist ein leckerer Smoothie! So was von lecker! Tschüss Leute!